wir bomben weiter weiter und zwar auf wolkenkratzer und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei rainbow six siege im turm im parkraum spawnst du ganz schön gewagt ich lasse da feinstaub in die lüftungsfilter riesen kamera feinstaub t zum ist schon mal sauber ich gucke mal oben büro räume ja küche küche ist lärm küche ist lärm frau frost haben sie und ein deutschland es war spritzenmann wo wurde ich jetzt da kam jemand von hinten die außenwand bei der küche kümmer schon mal vergessen kein schuss 5 sekunden bis einsatz dann ist es eigentlich eher twitch oder der hat genau getroffen mit einem schuss die hier schon gucken die geier meine kamera war schon an fein draußen entdeckt hustet erst mal wo ist schnappen ja natürlich einer ausgeschossen au ach ach jetzt weiß ich es kamerafrau im bad da war ein loch in der wand ich dachte mir schon hockte einer und dann war ich doch gar nicht mal so blöd von ihr ich hätte einfach mal drauf schießen sollen mir kam das loch bombe gefunden spar nicht vor ja Was macht die denn? Die will sie auch aufmachen. Ich wollte schon sagen, die wollte die erst zwischen Pappwand und Tür getroffen. Mathema hat sie auch treibt bemerkt. Da ist der Gegner. Ich glaube, ich wollte schon zu Beginn die Holzaußenwand treffen, hat aber genau die Beton-Säule getroffen. Ich hoffe, dass das da noch eine Tür ist, wo wir rein wollten. Eine zweite Tür. Wo wollten wir rein? Na, da wo du gestorben bist. Du meinst die dicke Tür, dieser VIP-Eingang? Oder die an der Seite da, die kleine? Die rechtsbrunnen. Okay. Ich vergesse die immer. Drei Gegner scheinen zusammen zu spielen. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Nein, jetzt ist die Luke offen. Das war das blöde Rosalie. Also Kerlchen, Mann. Ich glaube, die Luke ist offen. Ich kann Kerlchen, Mann, wenigstens die Außenwand aufmachen. Äh, zuwand. Aufmachen. Keine Frage mehr wegen der Granaten. Boah, ist leck. Toh, jetzt kann ich den mobilen Schild ja nicht mehr so gut hinstellen. Kack, Arsch. Das bringt uns 0,9. Scheiße. Jetzt fängt der FBI-Mann hier raus. Oder auch nicht. Ich traue mich gerade gar nicht, in die Luke zu, äh, in die Kamera zu gehen wegen der Kackluke, wenn er jetzt in den Kanade hochfliegt. Jetzt muss ich auch noch nach unten verteidigen. So ein Scheiß. Ein Hintern. Oh ne, die haben Fuse. Das ist nicht gut. Fuse lebt immer noch. Vor meinem Fenster ist jetzt jemand. IQ habe ich entschärfer aufgehalten. Okay. Der bringt an. Nächster. Dieses Ploppen hat man gehört. Fuse also vor meinem Fenster. Messchen bereit. Jetzt habe ich alle drei Türen im Blick. Fenster-Türen. Ich glaube, vor meinem Fenster ist wieder jemand. Ja, vor meinem Fenster drohend jemand. Typ weiß, wo ich bin. Vor meinem Fenster steht wer. Mist. Jetzt kann ich hier nicht aufstehen. Fuse ist bei mir drin. Ich kriege ihn nicht. Latt, wieso hat er die Waffe nicht gewechselt? Fuse, neben dem Schreibtisch. Er hat die Waffe nicht gewechselt. Oh, meinst du? Oh, scheiße. Scheiße. Ich glaube, der Fuse dachte, ich wäre durch die Luke gesprungen, die da offen war vor mir. Dann habe ich den Miserabel getroffen, dann konnte ich nicht aufstehen, weil das Regal über mir hing und dann ging das mal verwechselnd nicht. Dann habe ich den Miserabel getroffen, dann habe ich den Miserabel getroffen. Dann habe ich den Miserabel getroffen. Dann habe ich den Miserabel getroffen. war das ganz drüben beim t zu steuersinnermann jäger frau frost spritzen macht jemand von außen die wand zu noch 10 sekunden fünf sekunden bis einsatz gelangt zu der bombe und entschärft sie halt nach anderen ausschau da ist der hammermann der entschärfer ist nicht länger in deinem besitz entschärfer wurde zurückgeholt vorsicht spritzen man hinterm tresen rot markiert ist der tresen neben dem klo du hast den entschärfer im treppenhaus ist jemand entschärfer ist jetzt gesichert ja neben mir im treppenhaus ich muss nachladen kann ja bitte mal jemand rausspringen das ist ein winkel die da die dagegen nicht hinbekommt jetzt gehen wir alle ganz hinten rein mhm entschärfer muss zurückgeholt werden na toll nur noch einen eigenen trupp man einer ist immer noch hinten beim badezimmer badezimmer das ist bloß die karkus figur jetzt baut er hier was auf das kommt von hinten mhm das blöde ist der entschärfer ist also muss ich da hin es bleiben noch 15 sekunden ja du bringst ihn um oder er bringt matt er war da auch ja die matte habe ich gesehen aber ich wollte da hinten aufmachen um ihm hinter rücks zu erwischen aber er hat mich hinter rücks erwischt kack ich hätte da nicht vermutet ich hätte gedacht er ist in dem umkleidezimmer in dem umkleide gang die haben beide das gleiche waffendesign der wahren und die kamerafrau das habe ich aber noch nie gesehen das ding glaube ich und die haben es auch noch zugleich die haben das doch bestimmt in die haben das doch bestimmt unter den kopierer geschoben ja aber es ist ein unterschiedlicher spieler die bomben weiter schützen ich weiß nicht das ist eine der nicht ne auch nicht oh geil anziehmatten für matzen die gegner haben eine bombe entdeckt zum angriff bereit machen ok es bleiben noch zehn sekunden böses auge eingesetzt fünf sekunden noch die gegner haben eine bombe lokalisiert mhm blöd bleib ich doch bei der gewonnenen position wir sind einer weniger mhm er ist relativ nah bei mir umgekommen wo packe ich ihn meine kamer um oh gott bei mir kommt schon jemand an glaube ich ich lade nach wir haben auch kamera vor also wir haben viele kameras da läuft schon jemand oben beim ausstellungsraum sind zwei schwarzbad ist da auf jeden fall ausstellungsraum schwarzbad mhm karaoke fenster ist offen ok geht auch nicht schmerzstöhe könnte kanaden ne sind später mhm neben mir das fenster ist offen beim t-zimmer ja die kommen ja wirklich von der trommel an ist noch eine dronne drin oh gang ja hast du glaube ich ja aber wir wissen jetzt wo ich bin nein nein achso gespritzt man aah man warum dauert das denn immer so lange müssen mission gescheitert eigener operator bowie der zylinder auf ach ja das haben die gegner alles andere schlecht gemacht keine frage auch das mit kamera vor ich habe das so lange überlegt in der ersten Angriffsrunde. Aber in Summe haben die es echt gut gemacht. Außer eben vielleicht Fuse, der da reingekommen ist oben, als ich Alibi hatte. Aber da hatte ich andere Probleme mit dem Regal und mit sehr kleinen Schrottflinte. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.